Hermann Friedrich Kohlbrüge Eine Predigt über Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 Was ist Ruhe, meine Geliebten? Ruhe für die Seele! Wer allerwärts ratlos danach gesucht hat, dass die leere Lücke im Herzen mit Gott selbst ausgefüllt werden möchte und hat es nirgendwo finden können, wer nun Ende Rats ist, sodass er versunken liegt in seinem Schmerz und ohnmächtig geworden ist durch alle Höllenpein und den der Herr dann überrascht mit dem Trost seines Heils und macht ihm Raum, sodass aller Schmerz gewichen ist, der weiß, was Ruhe ist. Es muss ein erhabener Anblick gewesen sein, wenn in der Wüste das Volk Israel vor der Stiftshütte stahnt, auf welche sich die Wolke des Herrn lagerte. Es stand da, beladen mit allerlei Sünden und Ungerechtigkeiten. Es hatte oftmals erfahren, was der Schrecken des Herrn ist. Wie manchmal war der Zorn unter ihnen losgebrochen und hatte ihrer Tausende verzehrt. Wenn dann ihr hohe Priester Aaron mit dem Blut und mit dem Weihrauch fass, zitternd seiner eigenen Sünde sowohl als der Sünden des Volkes wegen, durch den Vorhang, gleichsam als durch die Macht und Finsternis der Verborgenheit und des Zornes Gottes hindurchdrang. Welch ein feierlicher! Ja, welch ein schrecklicher Augenblick muss es als dann für ihn und für das Volk gewesen sein. Ob schon ihm das Herrn Wort gegen alle Sünden anwiederholt gesagt hat, komm mit dem Blut und die Ungerechtigkeit wird euch gnädiglich bedeckt sein. Mögen ihm doch seine eigenen Sünden, die Sünden des Volkes und der Teufel ein solch tröstliches Evangelium manchmal gleichsam verborgen gehalten und das Gefühl des Zornes Gottes wieder die Sünde ihn auch oft niedergehalten haben, sodass es in dem Herzen des hohen Priesters wohl manchmal geheißen haben wird, nunmehr werde ich umkommen, nunmehr werde ich totgeschlagen werden und das Volk, wie voller Unruhe muss es vor der Stiftshütte gestanden haben, wenn ihr hohe Priester ins innerste Heiligtum gegangen war. Würde er von Dannen wiederkommen? Würde er nicht zu Boden geschmettert und getötet werden? Würde das Feuer des Zornes Gottes nicht aus dem innersten Heiligtum hervorbrechen und sie alle verzehren? Oh, die Angst bei der gespannten Erwartung der Dinge! Welche vielleicht kommen könnten, muss manchmal schrecklich in ihrem Herzen gewesen sein, sodass ihnen die ganze Wüste zu eng wurde. Pein, Schmerz, Reue, Zagen, Verzweiflung, Schrecken, Bangen, alles muss sich ihrer bemächtigt haben. Schrecklich feierlich muss die Stille von außen gewesen sein und schrecklich der Sturm in dem Herzen ihrer Sünde wegen. Schrecklich die Angst in dem Gewissen vor dem, der zu fürchten ist. Aber welch eine Ruhe im Inneren und welch ein Jubel der Freude nach außen muss sich des Volkes bemächtigt haben, wenn der hohe Priester selbst strahlend von Ruhe und Gottesfreude aus dem inneren Heiligtum wiederkehrte und ganz gegen ihre Erwartungen den großen Namen des Herrn auf sie legte und aus dem Munde Gottes die Stimme vernehmen ließ, welche dem Volk Segen, Bewahrung, Leutseligkeit, Gnade, Gewogenheit und Darstellung des Friedens in dem Herrn zusprach. Ging es damals schon so her, jetzt verhält es sich noch herrlicher, droben vor dem Thron Gottes. Der Gnadenstuhl dort oben heißt Gnadenstuhl und nicht Zornesstuhl. Und diesem Stuhl strömt Friede auf Erden, strömt Heil herab und es wird uns Raum gemacht. Wir haben einen hohen Priester, der stirbt nie und nimmer. Der hat Ruhe geschaffen für die geängstigte Seele. Der gibt Ruhe. Von ihm wollen wir predigen. Denn des aufrichtigen Herz ist auch manchmal voller Unruhe. Gedanken an Gottes Zorn nisten sich immer von Neuen in dem geplagten Herzen ein. Die Sünden leben immer wieder auf und es geht uns wie dem Timotheus, welchem der Apostel zurief, Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten aus dem Samen Davids. Denselben können wir nicht immer im Gedächtnis halten. Darum das Wort zur Hand genommen. Darin finden wir ihn. So hat man Ruhe. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 Die, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der in den Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben, gleich wie wir, ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnaden finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Das Wort Gottes sagt uns, erstens, dass wir einen großen hohen Priester haben und dass wir an diesem Bekenntnis halten dürfen. Zweitens, es macht uns Mut, dass uns dieser große hohe Priester unser Schwachheit wegen nicht verwerfen wird, vielmehr eben deshalb unsere Sache wird verwalten. Drittens, es sagt uns, dass der Himmel offen ist und dass wir da selbst empfangen und finden werden, so dass es ein Ende haben muss mit aller Not. Nummer 1 Gottes Wort sagt uns, dass wir einen großen hohen Priester haben und dass wir an diesem Bekenntnis halten dürfen. Vor Gottes Wort liegt alles offen. Wie es lebendig und kräftig ist, so durchdringt es alles. Voller Unruhe steht der arme Mensch da, nackt und ohne Schutz in sich selbst. Die Schuld, welche er gemacht, drückt ihn. Seine Sünden verklagen ihn und er hat mit einem gerechten und heiligen Gott zu tun. Eine oberflächliche Predigt von Gottes Barmherzigkeit, Güte und Liebe kann ihn nicht trösten. Denn sein Gewissen sagt es ihm. Einer beleidigten Gerechtigkeit muss genug geschehen und mit Werken kann er keine Genugtuung geben. Er hat auch keine Werke, er hat nichts als Sünden. Bei sich selbst findet er es nicht und er findet keine Kreatur im Himmel noch auf Erden, die es für ihn bei Gott in Ordnung bringe. Und dennoch, am Ende muss er vor Gott erscheinen. Das ängstigt. Es geht auf Leben und Tod. Was gibt ihm Antwort auf die bangende Frage, wie werde ich vor Gott bestehen? Was muss er haben, um Ruhe zu finden für seine Seele? Antwort auf die bange Frage, wie werde ich bestehen vor Gott, vor dem Heiligen und Gerechten? Wie werde ich erlöst von dem kommenden Zorn? Gibt uns Gottes Wort, meine Geliebten. Gottes Wort allein, Gott durch sein Wort. Darauf können wir uns verlassen. Dieser Grund liegt auf Saphiren. Dieses Wort sagt uns, sagt es den armen Sündern, dass wir einen hohen Priester haben. Was haben wir an einem hohen Priester? Wohl, wir haben Gott nicht gesehen, denn ihn kann kein sterbliches Auge sehen. Wir können mit Gott nicht sprechen, denn er ist Geist und wir sind Fleisch und wir haben den Mut nicht, unseren Mund vor ihm aufzutun, wenn uns die Sünde drückt, seiner heiligen Majestät wegen. Das wissen wir und dabei sagt uns unser innerstes Bewusstsein, dass er heftig zirnt wieder die Sünde, dass er sie nicht ungestraft lassen kann, auch nicht ungestraft lässt. Dennoch muss einer aus unserer Mitte zu Gott hin, dass er ihn sehe, dass er mit ihm spreche, dass er mit ihm ausmache an unserer Stadt und der es uns auch sage. Der Zorn ist dahin und Gnade ist für euch da, Leben in Seligkeit. Aber dieser, der es für uns mit ihm ausmacht an unserer Stadt, der Genugtuung gebracht hat, der mit Gerechtigkeit kommt, der den Zorn wegnimmt, der uns sagt, der Zorn ist hin, die Gerechtigkeit und das Leben ist euch erworben, muss selbst, ob schon er aus unserer Mitte ist, unschuldig sein, er muss vom Himmel her gekommen und Gott von Art sein, soll er Genugtuung, Gerechtigkeit und Leben, Friede und Ruhe für uns darstellen aus Gott, durch den ewigen Zorn hindurch. Einen solchen hohen Priester haben wir, das sagt uns Gottes Wort. Er muss nicht noch erst gemacht werden, er muss nicht noch erst kommen, wir haben ihn, von Gottes wegen und zwar mit diesem Eidschwur. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedex. Das sollen wir doch zurecht zu Herzen nehmen, dass Gottes Wort uns sagt, dass wir ihn haben. Haben wir sonst auch Unruhe? Ist es uns bange? Haben wir nicht als Sünden und deshalb keinen Gott für unser Herz? Haben wir gar keine Gerechtigkeit, keine Tugend, kein Werk aufzuweisen? Haben wir nichts als Sagt uns Gottes Wort, das nicht lügt. Köstlicher Fund in Not und Tod. Der Teufel ist darauf aus, einem vorzudrücken, was man vor Gott nicht hat, und den hohen Priester, den man hat, vor den Augen weg zu zaubern. Wir haben aber Gottes Wort zu glauben. Das sagt uns, dass wir einen hohen Priester haben. Wir brauchen denselben nicht mit unseren Augen zu sehen. Gottes Wort sagt uns, dass wir ihn haben. Und von diesem hohen Priester sollen wir nicht gering denken, denn er ist groß. Nicht groß, um einen armen Sünder zu erschrecken, sondern ihn zu trösten, für ihn die Sache aufzunehmen und ihn zu erretten. Nicht ist er groß bei den armen Sünder, bei dem, was verloren ist. Denn bei uns hat er sich als zartes Kindlein, als ein Mensch erfunden sein wollen, hat Knechtsgestalt angenommen und sich entäußern wollen. Auch hat er darin seine Herrlichkeit wollen offenbaren, dass er uns zugerufen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Als wollte er sagen, das begreift von mir, dass ich lieblich mit euch reden will und nicht stolz mit euch verfahren. Auch hat er sich nicht geschämt, uns seine Brüder zu heißen. Nein, uns gegenüber will er so wenig groß sein, als der große Josef es sein wollte, der sich seinen Brüdern offenbarte. Er wollte bei uns ein Wurm und kein Mann sein, um uns groß zu machen in seinem Himmelreich, uns zu machen zu Königen und Priestern, Gott und seinem Vater. Aber vor Gott ist ein großer, hoher Priester, sowohl durch seine Selbstdarbringung, welche ewiglich vor Gott gilt, als dadurch, dass er das Reich der Gnade und Herrlichkeit so verwaltet, wie er es von dem Vater empfangen hat. Pflegt hier wohl mal jemand in seiner Hilflosigkeit, alles Heil von einem zu erwarten, der bei einem irdischen König groß ist? Was können wir denn nicht erwarten von ihm, von dem uns das Wort sagt, dass er ein großer, hoher Priester vor Gott ist? Oh, wie groß muss der nicht vor Gott sein, durch welchen Gott zu uns geredet hat, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Hat er doch vor den Engeln einen sogar viel höheren Namen ererbt? Ist er doch der Sohn, den alle Engel Gottes anbeten müssen? Ist er doch unser Gott und Erretter, dessen Stuhl wert von Ewigkeit zu Ewigkeit? Ist er doch der Herr, immer da derselbige, dessen Jahre nicht aufhören? Sitzt er doch zu Rechten der Majestät in der Höhe? Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst gemacht hat und zum Scheme seiner Füße werden gelegt alle Feinde des Reiches seiner Gnade und der Sündenvergebung. Und uns dünkt die Not manchmal so groß, uns dünken die Sünden so groß, groß ist in unseren Augen die Macht der Welt, die im Argen liegt, die Macht der Hölle und des Todes. Dazu groß die Macht des Zornes. Es sei aber dieses alles so groß, wie es wolle. Zu Gottes Wort die Zuflucht genommen, das sagt uns, wir haben einen hohen Priester, der ist noch größer, denn dieses alles, wo vor uns bankt. Und fürchtet euch nicht, so spricht er selbst oftmals und wiederum mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben einen großen Hohepriester, das sagt uns Gottes Wort. Und mit dem Namen, womit er genannt wird, und mit dem, was von ihm hier gesagt wird, ist uns alles heil mitten in der Unruhe unserer Seele zugesichert. Jesus heißt hier unser großer Hohepriester. Dieser Name ist wie eine ausgeschüttete Salbe dem verwundeten Herzen und ist hier ganz an seinem Ort, denn er heißt deshalb so, weil er sein Volk errettet von ihren Sünden. So haben wir denn einen solchen Hohepriester, der darin seine Größe offenbart, dass er die Errettung von unseren Sünden auf sich genommen. Dieser Name Jesus verbirgt uns seine Liebe, seine Treue, seine Gnade, dass er wahrlich die Person des Sünders in sich aufgenommen und Sünde an unserer Stadt gemacht worden ist, dass er die Gerechtigkeit für uns erworben, in welcher wir in ihm gerecht geborgen sind vor dem zukünftigen Zorn. Der Sohn Gottes heißt hier unser großer Hohepriester. Dieser Name verbirgt es uns, dass er auch für uns alles bei Gott in Richtigkeit gebracht, alles für uns ausgerichtet hat und dass Gott um seinet Willen Gedanken des Friedens über uns hat und auch bei uns sein Wort erfüllen wird. Ich habe geschworen, dass ich nicht über dich zürnen noch dich schelten will. Denn wäre dieser hohe Priester nicht angekommen, so würde er nicht der Sohn Gottes sein können. Dass es übrigens ganz gewiss ist, dass er mit seiner Selbstdarbringung uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das Leben, den Frieden und den Segen erworben, so dass aller Zorn dahin ist, sagt uns die Schrift mit den Worten, er ist in den Himmel gefahren oder durch die Himmel hindurch gedrungen. Wie der hohe Priester Israels mit dem Blut hindurch drang, durch den Vorhang, durch die dicke Finsternis, die Dunkelheit, worin Gott wohnte, bis zu dem Gnadenstuhl, so ist auch unser großer hohe Priester hindurchgedrungen durch die Himmel, durch die Regionen, in welche die Macht der Hölle und des Zornes Gottes es fast unmöglich machte, hindurch zu kommen. Gott hält, so ist sein Name. Er brach hindurch mit seinem Blut, durch allen Zorn hindurch, bis vor den Thron. Er erwarb für uns die Barmherzigkeit, er fand für uns die Gnade, da es nun ihn, dem Äußeren nach geschehen war, er fand sie durch seinen eigenen Tod. Einen solchen großen hohen Priester haben wir, das sagt uns Gottes Wort, und an diesem Bekenntnis, dass wir ihn haben, dürfen wir halten, das sagt Gottes Wort uns auch. Lasst uns halten an diesem Bekenntnis. Hier geht es nicht um ein Gefühlsleben, um eine erzwungene Überzeugung, auch nicht um besondere Offenbarungen. Vielmehr handelt es sich darum, ob jemand in Unruhe dasteht, ob er weiß und es fühlt, dass Gott heftig zirnt wieder die Sünde und unser ganzes Wesen, wie wir aus Adam sind, ob Not, Angst, Verlegenheit, ob ein Bangen da ist, ob das wahrhaftige Gefühl im Inneren lebt, Gott ist gerecht und heilig, er muss die Sünde strafen und den Sünder verwerfen. Sind dort oben noch Gedanken des Friedens über mich, habe ich jemand in dem Himmel, der es für mich bei Gott ausmacht und Annoch ausmacht? Kann ich darauf streben und getrost der Ewigkeit entgegen gehen, dass ich dort oben in meinem Richter einen gnädigen Gott statt Verdammung und Barmherzigkeit finden werde und zwar auf dem Grund eines ewigen Rechtes bei Gott, so spricht Gottes Wort und wo das spricht muss alles verstummen. Wir haben einen großen Hohenpriester. An diesem Bekenntnis lasst uns halten. Nummer zwei Das Wort Gottes macht uns Mut, dass dieser große Hohenpriester uns unserer Schwachheit wegen nicht verwerfen wird, vielmehr eben deshalb unsere Sache wird verwalten. Es ist eine eigene Erscheinung auf dem Gebiet des inneren Lebens, dass welche Vergewisserungen wir auch von dem Wort Gottes haben, dass aller Zorn dahin ist, dass wir einen Hohenpriester haben, der für uns alles ausgerichtet, es uns dennoch so schwer fällt, an diesem Bekenntnis festzuhalten, ja, dass es uns auf die Dauer eine unmögliche Sache ist. Man hat so Leute, welche nachdem sie zum Glauben gekommen sind, ununterbrochen voran glauben, für sie ist es alles eine ausgemachte Sache, sie haben Vergebung von Sünden und kommen gewiss in den Himmel, das steht bei ihnen fest. Dass man seiner Seligkeit gewiss sein kann, auch gewiss sein muss, das ist ja mit Streit mit Streit, Zagen, Zweifeln, Unruhe, mit Bange sein vor dem Zorn Gottes, in Summe mit allerlei Anfechtung. Wer genau achtet auf das, was aus dem Herzen hervorkommt, der sieht fortwährend, dass es ihm geht, wie es in den Psalmen zu finden. Bald weint er, bald singt er, ein fortwährendes Ringen ist da, Furcht vor Gottes Zorn, ein Schrein um Gnade, ein Lob seines Namens, Schrecken des Todes und der Hölle, dann wieder ein Danklied, das geht auf und ab, bald liegt man ganz unten, bald ist man wieder oben, ob man die Krone auch vor sich sieht, ist man doch so unruhig, solange man sie nicht erreicht hat, wir sind erbärmlich schwach in aller und jeder Hinsicht, wir können in nichts voran, wenn wir auch sehen, dass die Amelikiter fallen vor unseren erhobenen Händen, werden uns doch am Ende die Hände schlaff und wir lassen sie sinken, ach, könnte ich nur, das bricht aus, so aus mancher Seele mit einem Seufzer hervor, ich möchte wohl, aber es ist keine Kraft da, das Wollen ist bei mir, aber das Gute zu vollbringen finde ich nicht, wenn ich das Gute tun will, liegt das Böse bei mir, manchmal habe ich es ergriffen, aber ich kann es nicht festhalten, ich werde durch den Strom von allerlei Anfechtung wieder zurückgeworfen, ach, auf mich ist gar nicht zu bauen, mir ist gar nicht zu trauen, einen Augenblick geht es gut vorwärts, aber dann sinke ich wieder hin, lass mich nur liegen, daran ist nicht zu denken, dass ich durchkomme, ich kann nicht anders, als mit solcher Schwachheit, welche sich immer da wiederholt, Gottes Zorn gegen mich reizen, und wie würde ein so großer hohe Priester sich mit einem so schwachen einlassen wollen, einen solchen muss er doch aufrichtigen, den es um Leben und Durchkommen geht, und sie kommen sowohl in den Herzen derjenigen auf, die schon grau geworden sind im Gnadenstand, als in den Herzen der Anfänger, und solche wiederholt sich zeigende Schwachheit ist die furchtbare Mutter von allerlei Sünde. Da macht uns nun aber das Wort Gottes Mut, indem es uns sagt, dass unser großer hoher Priester Jesus mit solcher Schwachheit Mitleid haben kann. Darum heißt es hier, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir. Denn er prangt in einer solchen Macht und Herrlichkeit, dass er seine Stärke nicht dazu anwendet, hat, um das zerstoßene Rohr zu zerbrechen, den glimmenden Docht auszulöschen, sondern um den Schwachen aufzuhelfen, indem er sich selbst in keinem Stücke gefällt, sondern all sein Gefallen hat an denen, welche seine Heiligen sind. Ist es nicht erhebend, hier einen zu finden, der Ohr und Herz hat für unsere Schwachheit, der uns zuruft, das kenne ich auch, das habe ich auch durchgemacht, der uns also nicht zu Boden wirft, wenn wir ihm unsere Schwachheit klagen, der vielmehr mit Schwach sein will, weil er es selbst empfunden hat. Wie tröstlich, wie mutgebend, wie herzerhebend ist es, was uns Gottes Wort hier von unserem großen Hohepriester Jesus aufdeckt. Er hat das alles auch empfunden, sagt uns hier Gottes Wort. Er ist versucht allenthalben, gleich wie wir. Darum kann er Mitleid mit unserer Schwachheit haben. So heißt es auch in dem zweiten Kapitel des Briefes Vers 14 Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er gleichermaßen teilhaftig geworden. Und wiederum die Verse 17 und 18 Darum musste er aller Dinge seinen Brüdern gleich werden. Auf das er Barmherzigkeit würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu versöhnen die Sünde des Volkes. Denn darinnen er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und wahrlich, wenn wir in Betracht ziehen, was der Apostel von ihm aussagt in dem siebten Vers des fünften Kapitels, er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Gestrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihn von dem Tode konnte aushelfen. So können wir daraus genug zu unserem Trost vernehmen, wie er versucht ist, allenthalben, gleich wie wir. Denn es muss einem, der Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen zu Gott opfert, wohl alles streitig gemacht sein, auf das er nicht durchkomme. Wer stark ist, braucht nicht zu beten, wer fleht, muss wohl sehr elend sein und sich selbst gar nicht helfen können. Wer ein starkes Geschrei erhebt, muss in der äußersten geistlichen Not sein, und wer Tränen vergießt, muss wohl viele Schmerzen haben. Und ist das alles vor Gott und zu Gott hin, denn muss es wohl in der Seele heißen. Meine Seele ist voll Jammer und mein Leben ist nahe der Hölle. Dein Grimm drückt mich und drängt mich mit allen deinen Fluten. Ich bin elend und ohnmächtig. Ich leide deine Schrecken, dass ich schier fort sage. Oh glückliches Geschlecht, dass von seinem hohen Priester es nicht glaubt, dass er es nur sozusagen hat wegblasen können. Vielmehr von ihm es dankbar anerkennt, dass er es mit der Arbeit seiner Seele nicht anders gegangen wie mit der aller gefährlichsten Geburt eines Kindes, nämlich der Hölle und dem Abgrund entlang, so dass keine Arbeit dazwischen war, ja, es ging durch die Hölle hindurch. Dieses Geschlecht schmecke den Trost. Dass ich in meinen höchsten Anfechtungen versichert sei, mein Herr Christus habe mich durch seine unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken, die er auch an seiner Seele am Kreuz zuvor erlitten, von der höllischen Angst und Pein erlöst. Ja, es schmeckte den Trost des Wortes Gottes, das eben unserer Schwachheit wegen, unser großer hoher Priester unsere Sache verwalten wird. Denn so steht es hier in unserem Text geschrieben, er ist versucht allenthalben, gleich wie wir, ohne Sünde. Er ist versucht allenthalben, gleich wie wir, ohne Sünde. Was sagt das? Ist es wohl mal tröstlich auf die Frage, hast du je eine so verzweifelte Lage gesehen, wie die meinige und sollte wohl noch Rat dafür sein, von einem Mitbruder dann zu hören, es ist noch Rat und Hilfe für dich da. Ich war wiederholt in eben derselben Lage, aber durch die Gnade Jesu Christi kam heraus. Nun, um wie viel tröstlicher muss es denn sein, dass unser großer hohe Priester Jesus an unserer Stadt in der aller verzweifelsten Lage gewesen ist, dass er sich aber hindurch geglaubt und uns mit sich hindurch geglaubt hat, dass er, was wir doch alle tun in keiner Lage der Versuchung nachgeben kurz dass er getan was wir in dem zweiten Kapitel Vers 13 lesen ich will mein Vertrauen auf ihn stellen in diesem Vertrauen ist er geblieben ob er auch versucht wurde gleich wie wir nach gegeben hat er nicht es aufgegeben hat er nicht mit seinem gebet seinem flehen seinem starken geschrei und tränen mit seinem freiwilligen tod hat er sich durchgeschlagen durch alle zornes und höllenfluten ob schon ein wurm und kein man ist er dennoch in den tagen seines fleisches dabei geblieben er dort oben ist mein vater und ich bin der sohn und so hat er den sieg davongetragen so überwunden so ist er durch die himmel hindurch gedrungen und ob wir nun viel versucht werden er ist der rechte mann der es für uns ohne sünde ausgerichtet darum ist er auch mächtiger bei uns mit der macht seiner gnade uns zu helfen denn alle versuchung wie groß sie auch sein möge mächtiger denn alle schwachheit wie sie uns auch niederhalte ist er und eben unserer schwachheit wegen wird er unsere sünde verwalten denn er hat sie empfunden gleich wie wir und wird die schuld solcher schwachheit zu befestigen wissen vor dem thron durch die macht seiner größe und mächtig sein in unserer schwachheit durch die macht seines sieges darum wird uns seine größe nicht erdrücken sondern aushelfen und kein zorn uns verzehren denn dort oben thront nunmehr die gnade vernehmen wir dazu was uns gottes wort weiter sagt nummer drei das wort gottes sagt uns dass der himmel offen ist es sagt uns auch was wir da selbst zu empfangen haben und finden werden so dass es ein ende haben muss mit aller not darum lasst uns hinzutreten mit freudigkeit zu dem gnadenstuhl dieses hinzutreten geschieht nicht mit den füßen sondern mit dem herzen in dem unser herz es für gewiss hält und glaubt dass ob schon wir mit unserer schwachheit den zorn mit unseren sünden den ewigen tod verdient haben dennoch der himmel uns offen steht und wir es deshalb für wahr halten dürfen dass wir vor dem thron einen solchen hohen priester haben der unsere sache verwaltet dessen selbst darbringung auf ewig gilt wir haben deshalb abzusehen von uns selbst von dem sichtbaren von unseren sünden und von unserer schwachheit durch dieses alles sollen wir uns nicht zurückhalten lassen christi tod hat unseren tod und unsere sünden weggenommen in seinem blut ist unser leben und unser wesen versöhnt sein mitleiden hilft unserer schwachheit auf und will sich in solcher schwachheit mächtig zeigen unsere schwachheit darf uns darum nicht im weg sein nur getrost voran was uns auch beschwert zu dem thron hin dort hinauf geblickt im glauben da ist er da lebt er unser großer hohe priester suche es nicht darin dass du es selbst wieder gut machst suche es nicht in den werken nicht darin dass du die sünde erst selbst abbüßt kehre dich nicht daran was der teufel dir zuraunt der dir die sünden vorhält die verdammung androht und es dir weismachen will du werdest dort oben zorn finden die gnade sei nicht für dich zu solchen die von ferne stehen die wohl möchten aber sie haben keinen mut wie wir denn nie mut haben wenn uns die sünden anfechten sagt gottes gnadenwort voran tritt hinzu und das mit freudigkeit ihr ihr braucht nicht zu zittern und zu zagen eures elendes jammers und eurer not wegen ihr habt einen guten und gnädigen freundlichen leutseligen hohe priester der nun bereits im himmel ist und mit einer opfergabe als das lamm gottes so viel getan hat dass ihr euch vollendet nennen könnt auf ihn blickt der vater mit wohlgefallen weil er das werk der erlösung zustande gebracht und er auf euch weil er euch geliebt nur gekommen mit freudigkeit mit guter zuversicht zu dem gnadenstuhl zu dem thron der gnade ihr seid nicht mehr ausgeschlossen das innerste heiligtum steht noch offen nachdem er durch die himmel hindurch getrunken und den vorhang in seinem fleisch zerrissen hat dürft ihr freudig kommen mit seinem blut zu dem thron der gnade lasst uns wohl verstehen dass uns der zutritt zu einem gnaden thron geöffnet ist nicht zu einem zornesthron und wie jeder thron behauptet wird von dem der auf dem selben sitzt so dass er ihn beschützt und verteidigt wieder alle feinde so behauptet auch unser großer gott und er retter den thron seiner gnade dass es allen halben gnade bleibe so schützt und verteidigt er diesen thron die zorn zorn und tot die selben sich eines solchen thrones nie bemächtigen werden dagegen wird er arme und elende der schwache und angefochtene wenn er zu diesem thron geht es erfahren dass es ein thron der gnade ist wo er gnade um gnade bekommt darum sagt uns auch das wort gottes nicht allein dass der himmel das herz gottes für uns offen ist sondern auch was wir da selbst empfangen und finden wären darum heißt es auf das wir barmherzigkeit empfangen darum vergewissert uns das wort dass wenn wir mit vertrauen auf christi gnade kommen wird keinen zorn keine strafe verdammung oder verwerfung finden sondern das empfangen werden was uns not tut nämlich barmherzigkeit bei gott wie es umgekehrt wahr ist dass wir keine barmherzigkeit empfangen werden wenn wir bei allem dem doch noch zurück bleiben wollen so ist der der nun ein für allemal glücklich der schwach ist der sünden hat der der hunger und dürstet nach dem lebenswasser der arm und elend ist denn der gott und vater unseres herrn jesu christi kann es nicht unterlassen barmherzig zu sein dem elenden und armen der aufgrund der seelen arbeit dieses einigen hohen priesters zu dem gnadenstuhl kommt er wird es erfahren dass dort oben ein herz für ihn ist dass von seiner not wissen ihn auch aus aller not heraus nehmen will ihn in seinen schoß in seine arme aufnehmen und ihn herzen will so dass man für allen schmerz sich aufgenommen sieht in die ewige gottes ruhe lasst uns darum hinzutreten zu dem thron der gnade da finden wir was wir nicht gedacht hätten wenn wir in not sind in not der sünde in not des todes in not der anfechtung wenn wir denken fluch und zorn zu finden so kommt es ganz anders wir finden gnade und zwar eine solche gnade welche rechtzeitig eben dann wenn wir meinten umzukommen uns aus der grube rettet die last unserer sünden von uns abnimmt alle unsere gebrechen heilt unser Leben vom Verderben errettet und uns Ruhe Friede Freude Gerechtigkeit Freiheit Raum und Seligkeit schenkt weil diese Dinge also sind meine Geliebten so lasst uns immer dahin zutreten denn wir sind ein glückliches Volk mit unserem hohen Priester Jesus wie hoch auch die Not gehe die Errettung ist da eben dann wenn es bei uns aus und vorbei ist nur zu dem Thron der Gnade hingetreten sonst haben wir dareinst einen Thron des Gerichts zu erwarten wo das Wort spricht das schweige Tod Teufel Sünde und Welt und es habe der Elende einen Grund gefunden worin der Anker seiner Seele ewig hält Amen D Und し ッ